Hallo, hier ist Bricks4U. Willkommen zu einem neuen Video. Viele von euch haben sich ja gefragt, wie ist denn ungefähr die Durchgangshöhe beim neuen Bluebricks modularen Bahnhof? Und da habe ich mich einfach mal hingesetzt und habe von den überdachten Bahnsegmenten, Bahnsteigteilen, die Einfahrt mal nachgebaut. Im Wesentlichen ist es so, wir haben eine Durchfahrtshöhe vom Boden, insgesamt in der Länge knapp 17 Noppen oder eben hier 14 Bricks plus eine Tile. Für Lokomotiven wie meine E94 von Bricks on Rails wird es hier oben schon ein bisschen eng. Wir sehen ganz gut beim Durchziehen, also da ist nicht allzu viel Luft. Allerdings ist es auch so, dass ihr diese Konstruktion ja wirklich problemlos erhöhen könnt. Ihr müsst hier einfach nur ein zusätzliches Segment BrickRound reinmachen und dann sollte das eigentlich kein großes Problem sein. Ich denke, das ist auch ein bisschen der Optik geschuldet. Die E94, die von Bricks on Rails, die wirkt jetzt natürlich sehr, sehr bullig hier drin. Wenn wir aber hier zum Beispiel die Santa Fe reinstellen, ja dann sieht das schon in Six Wide ein kleines bisschen anders aus. Hier kann man deutlich sagen, das passt ein bisschen besser. Also Six Wide oder Seven Wide kommt mit diesem Bahnhof in der Grundausstattung ein bisschen besser klar. Weil es einfach, ja es wirkt von den Proportionen her doch ein bisschen harmonischer. Aber auch die F7 von Molding passt hier wirklich sehr, sehr gut rein. Also ja, das ist von der Proportion her echt okay. Ich denke, die E94 von Bricks on Rails schlägt da einfach ein bisschen über die Stränge, was die Maße angeht. Aber das hier, ja das sieht doch wirklich ganz gediegen aus, relativ passend. Bei dem modernen Bahnsteig ohne das komplett überdachte Gleis habt ihr das Problem ja ohnehin sowieso nicht, weil da einfach die Überdachung am Bahnsteig aufhört. Ihr seht selbst, wir haben Platz für das Gleis und dann links und rechts noch eine Noppe mehr. Sodass dann natürlich auch Treibstangen, Kuppenstangen, die ein bisschen weiter nach außen gehen, Platz finden. Meine Baureihe 01 von Simon Jacobi, die Anleitung gibt es auch bei Bricks on Rails, falls euch das interessiert. Ja, die hat schon ein bisschen hier breitere, aber doch noch etwas schmalere Kuppelstangen. Und ja, dementsprechend, die passt gerade noch so durch. Es ist nicht viel Luft links und rechts. Also wenn das jetzt ein breiter Liftarm wäre hier zur Verbindung, dann wird es hier schon blöd werden. Aber es ist ja auch so, ihr seid ja auch hier in der Breite modular. Das bedeutet, wenn ihr ja im Prinzip auf einer Seite eine Noppe, einen Brick, eine Noppenbreite weglasst, dann könnt ihr auch für solche Loks hier ein bisschen Luft schaffen. Ich muss sagen, die 01 sieht richtig gut aus hier drin. Also das ist so ein bisschen eine Zwischengröße. Die ist von der Proportion her wirklich toll umgesetzt und passt eigentlich perfekt hier rein. Wohl wirklich sagen, sehr, sehr schön. Also, denkt daran, 14 Bricks plus eine Plate oder eben knapp 17 Noppenhöhe. Das wird der Durchgang des neuen Blue Bricks modularen Bahnhofs sein. Zumindest auf den Gleisen. Wenn ihr natürlich die Gleise ein bisschen absenkt oder hier noch ein bisschen erhöht, ja, ist das alles variabel. Aber es sieht so auf den ersten Blick passgenau und auch wirklich gut aus für die Fahrzeuge, die wir so im Programm haben. Ja, das war es auch schon mit dem kleinen Update-Video zum modularen Blue Bricks Hauptbahnhof und dessen vermutlicher Durchfahrtshöhe. Also die Bilder sind noch nicht so gut, aber ich denke, ich habe es gut hinbekommen. Ja, schreibt mir in die Kommentare. Reicht das für euch oder macht ihr einen Umbau? Oder lasst ihr die Finger davon weg, weil das so teuer wird für Bull Blaustein? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Kommt gut durch die Woche. Lasst ein paar Züge fahren und macht's gut. Musik